Du sollst der Titel Favorit sein Nein, man will nicht verkatert Nach der Runde heißt es dreimal nein Danke, dass du da warst, ey Punchline Award geht an den Po in einem Laster Tret nicht in Scheiße, riecht besser als sein UKM und Asta Ey, der Araber, auf dem man sonst nur mit Schusswaffen trifft Macht ein Battle mit Team Hamburg, wer die größte Hook-Schlampe ist Bei der Gruppenphase lohnt es sich nicht, über eure Bars zu quatschen Asta Schwach angefangen, der andere stark nachgelassen Das Einzige, was Asta nach dem Battle verteilt Ausaufgaben Nach drei Parts von ihm fragt UKM Ey, darf ich auch was sagen? Nein, weil ich dich nach circa 14 schon vergesse Und was bei dir nach dem Video hängen bleibt, sind die Bier-Sings in der Fresse Digger, was willst du von mir? Deine Worte haben kein Gewicht und Treffen, den Takt nicht Ihr puncht auch eure Gegner nicht und meint, das wär Absicht Hauptsache im Video zum Affen machen Wir nehmen uns zu ernst? Richtig, wir schießen jetzt mit Plastikhoffen, ey Star Wars sieht UKM hoch, doch Kommentare zeigen, dass das nicht so einfach ist Mit Irrelevanz in Person Hast, Arm und Schattet, eine Neuanfang mit zwei neuen Fotzen und nennt sich Exotone Weil er alleine zu viel Angst hat und krampfhaft nicht schafft, über drei Minuten Länge zu kommen Deshalb holt er sich die Crew ran mit mehr Attitude als Tupac Ist das die Effizienz, wenn du die Alben verschenkt hast? UKM war schlecht, ja, fand ich schon Der saugt halt einfach nur bei Asta und sieht das so aus wie ein Kampong Hey, als ich die Paarungen gesehen hab, dachte ich, das wär nur nen Vipf Asta ohne Zweiter, der in seinen Runden Gurken frisst Hey, yo, und Eure, der Betriebsversuche bei der Gruppenfasse fand ich feindlich, Mann Tritt man in Eure Texte, ja, dann riecht es nach Scheiße, Mann Asta macht doch Farb mit Bart als Araba Doch Ritz mit der Zerbrechlichkeit von Glas am Start Runde gegen Vannebas Bei dem Dreh von dem Video hat man nur gesagt, Junge, fahr, fahr, lauf, lauf Aber keine Sorge, Mann, ich habe da nen Tipp für dich, Digga, K-Glass, hau, Stau Und UKM ist hart, denn der ist ultraheftig tätowiert Bei dem Gesicht hätte man lieber deine Fresse retuschiert Ey, Asta sitzt daheim und weint doch immer wegen TJ Und hat sich verzweifelt, geritzt, wurdest du von zwei Jade gefakt UKM muss man als Klassenclown ertragen Doch ich gebe keine Noten, ich will Asta ja nicht sauer machen UKM fickt Wandels Arsch und Wandelbass bis Sesterheim Auf einmal will UKM letzter sein Wandelbass bis Suka-Stick und Asta One-Boom's Wandels Arsch Und Wandelbass ist den ganzen Tag angetan Asta, es ist ein Zu-Demo, up zu dem Flo, da sei keiner wegkippt Wie willst du uns nicken, wenn für dich als Araber Ramadan ist? Du möchtest gern Arab, geh dich mal schämen Du stehst wie Berlin, doch ich hab dich hier leider noch nie gesehen Discorden und Baum mit Pantflaschen, doch sag's nach dem Dreh Du brauchst die, keiner soll die anfassen, sonst götschst du den Witz Ey, Asta macht Party, ganz deiner Denker, der mag diesen Spaß Die Ego so groß wie der Ruf von Gaddafi Doch glättern durch und so fackst deine Ok doch nicht Ok, schock nicht So wie gesagt UKM will durchstarten, doch packt es nicht Hau doch weiter Sippeln in die Zeit, obwohl jeder deiner Zuhörer von Asta ist Du feierst dich für Klicks, Klicks und Likes Ihr geht Gassi, treff euch und frag Asta wie sein Mund heißt Und komm mir nicht mit deinen Lippen an, sagen Toy Was soll ich sagen, Bitches werden schon beim Anquatschen feucht Asta, die Conchita, wär gern ein Ball frei Vom Stück Urlaub in Thailand und du kommst 33 Gramm leichter zurück Berlin soll uns ficken, ihr schickt UKM die Tanze los Ob ihr gewinnt, ich mein natürlich, das ist Brandenburg Dein Rap unterbelichtet, du funkelst, weil du deine Nase pierst Und die Antwort auf die Frage, wer ist Standard, sagen wir Da sind UKM und Asta, One Asta hat grad Hunger Doch er kann grad keine Jurgen fressen, denn wir haben Ramadan Mach de Hose auf, hol de Jurgen raus Nimmst du die von UKM, dann hast de Käse oben drauf Du wirst die Tiny vergessen, sehen uns am 30.06 Nimmst de dein Texte in den Mund, dann hast de Scheiße gefressen Ey, wer ist dieser UKM? Ey, wer ist dieser UKM? Herr Berg, der ist dieser膩off, Grund gararda Herr Berg, dass die